Ein Hallo und ich alle und herzlich Willkommen zu diesem Video. Ja, der Grund für dieses Video ist eine andere Videoplattform, nämlich Vidme. Ja, in den letzten Tagen haben sich da ja einige YouTuber dort ein Konto erstellt und ein paar Videos hochgeladen. Und genau das habe ich auch gemacht. Wie ihr sehen könnt, habe ich bisher vier Videos hochgeladen. Das Problem ist allerdings, man kann pro Woche nur drei Gigabyte hochladen. Und ich habe jetzt vier Videos hochgeladen und schon zwei Gigabyte überschritten. Und deswegen, ja, wollte ich euch fragen, ob ihr mir da nicht helfen könnt. Denn es gibt eine Möglichkeit, wie man dieses Limit hier aufheben kann. Da muss man seinen Channel nämlich verifizieren lassen von Vidme. Und das funktioniert aber erst, wenn man 50 Follower hat. Und deswegen wollte ich euch vielleicht mal fragen hier, ob ihr vielleicht mal Lust hättet, mir da zu folgen. Wenn ihr hier einen Channel haben solltet oder sowieso vorhattet, hier einen Channel zu erstellen. Ansonsten müsst ihr es nicht machen. Das ist wirklich nur so eine Frage, weil ich weiß sonst nicht, wie ich an diese 50 Follower kommen soll. Weil ich meine, die Seite ist jetzt noch nicht so groß und hier sind auch nicht so viele Leute unterwegs. Und das ist so, als wenn man, weiß ich nicht, Let's Plays im Jahr 2005 auf YouTube gemacht hätte. Ich meine, da wären auch nicht so viele Zuschauer dazugekommen. Einfach, weil die Basis noch nicht da war und noch nicht so viele Leute drauf unterwegs waren. Deswegen, ja, weiß ich sonst nicht, wie ich an diese 50 Follower kommen soll. Denn, ja, dann ist nämlich das Limit aufgehoben. Und das ist für mich auch einfach eine coole Plattform. Ähm, normalerweise könnte ich es mir ja nicht erlauben, zweimal das gleiche Video auf zwei Plattformen hochzuladen. Das funktioniert nicht. Mein Internet ist viel zu langsam. Ich habe da schon Probleme mit einem Video. Aber hier gibt es die coole Funktion, wenn man auf Upload geht. Dann muss man das Video gar nicht Upload, sondern, ähm, ich muss hier einfach nur einen Link angeben von meinem YouTube-Video. Und dann wird das einfach konvertiert. Dann wird das einfach konvertiert. Das läuft inzwischen zwischen Vidme und YouTube ab. Das hat mit meinem Internet nichts zu tun und mit meinem Computer auch nicht. Das heißt, ich könnte meinen Computer auch einfach runterfahren. Das wäre kein Problem. Das läuft absolut extern. Und ich habe damit nichts zu tun. Und das coole ist, das Thumbnail wird mit übernommen. Der Videotitel wird mit übernommen. Und die Videobeschreibung wird mit übernommen. Das heißt, das ist eigentlich überhaupt kein Aufwand für mich. Und, äh, warum sollte man das nicht machen? Es ist einfach nur meine zusätzliche Sicherheit. Ne? Angenommen, mein YouTube-Channel würde gesperrt werden. Und meine, äh, äh, Festplatte, wo die Videos drauf sind, würde kaputt gehen. Ja, da hätte ich immer noch Vidme, ne? Und auch sonst, wenn Vidme, selbst wenn Vidme nicht so groß werden würde, ist das auch trotzdem eine coole Plattform. Wo ich meine ganzen Videos dann auch, äh, ja, hochladen kann. Ohne, ohne wirkliche Mühe. Und weiß ich nicht. Vielleicht gibt es ja irgendwann mal den Moment, wo ich ein Video, Video machen möchte, was ich jetzt nicht unbedingt auf YouTube haben möchte. Aber dann denke ich mir so, ich habe doch noch Vidme, dann kann ich das da noch hochladen. Na, das ist ganz cool eigentlich. Und das wollte ich eigentlich nur mal sagen und euch mal fragen, ob ihr mir da helfen wollt. Ihr müsst es nicht machen. Ist ja aber cool, wenn ihr es machen würdet. Ähm, ich frage ja ansonsten nie nach sowas. Es ist, für mich ist das eigentlich eine unnötige Sache. Gerade auch auf YouTube oder so. Da muss ich euch nicht darauf hinweisen, dass ihr mich doch bitte abonnieren sollt. Das, das machen, das, das macht ihr schon von ganz alleine, wenn ihr meine Videos gut findet. Und so mache ich das ja auch. Wenn ich einen YouTuber sehe und der gefällt mir, dann abonniere ich den allein schon dadurch. Gerade, wenn er nicht so bekannt ist, dass ich ihn nicht wieder verliere. Ne, das ist halt einfach die Sache. Ähm, naja, aber hier ist es halt so eine Ausnahmesituation. Ich weiß nicht, wie ich sonst an die 50 Follower kommen soll. Das ist halt schon ziemlich extrem. Hier ist so eine kleine Plattform und da muss man 50 Follower haben. Ähm, ich glaube, die haben selber nicht damit gerechnet, dass da jetzt so viele oder halt einige große YouTuber rüber gehen und da auch was machen. Deswegen gibt es diese 3 GB, was ich halt einfach nicht mehr so wirklich zeitgemäß finde. Die Woche 3 GB, da komme ich auf jeden Fall nicht mehr aus. Aber gut, das wird wahrscheinlich irgendwann sowieso nochmal verändert. Aber, solange es nicht so ist, brauche ich erstmal diese 50 Follower. Ähm, ja, wie gesagt, nicht, weil ich so geil bin auf Follower. Na, vielleicht ein bisschen, nein. Sondern einfach nur, weil ich dieses Limit aufheben möchte. Es ist mir eigentlich egal, wer hier überhaupt die Videos gucken möchte. Ich will einfach nur meine Videos hier hochladen. Und das wäre cool, wenn ihr mir da helfen könntet. Und...